Tiziana Terenzi, wir haben sehr viel Geld investiert und leider wurde ja die Zusammenarbeit beendet. Ja, was soll ich sagen, manchmal trifft man Entscheidungen, jetzt gerade hier, wir haben insgesamt für die Marke über 300.000 Euro Stock investiert. Bis ich das drehe, das dauert ein bisschen und wenn man jetzt mit der Marke aufhört, dann ist es noch nicht mal eine langfristige Sache. Aus dem Grund, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, wir hatten so eine kleine Meinungsverschiedenheit und werden jetzt mehr oder weniger mit den Produkten aufhören. Die Leute, die davon profitieren, seid am Ende ihr und ihr habt die Möglichkeit, gerade die Düfte von Quinto Canto und auch Tiziana Terenzi. Ich liebe diese Marke, ich meine selbst unsere Katze heißt Tiziana, aber manchmal passiert es ebenso. Von daher, wenn ihr Lust habt auf was Neues und nicht immer dasselbe kaufen wollt, dann schaut gerne online vorbei.